Hey Leute und Willkommen zurück zu Part 6 von Let's Play Crash Bandicoot Und wir haben im letzten Part das Bonus Level geschafft Haben wir es geschafft? Ja wir haben es geschafft Und ja jetzt müssen wir an diesem Fisch erstmal vorbeikommen Ich hau dich Ja Ha Nein Nein Ho Oh Bin ich dann in der Mitte safe? Ja in der Mitte bin ich safe Oh ein Leben Wo komm ich da rein? Wow Wie assi war der Wow Behindert Ja ich wollte schon sagen Hast du noch was? Schleckt Blut Nein Ähm Ich versuche gerade, ich lade gerade im Hintergrund meinen, den vierten, fünften, fünften Parto Und ich habe den jetzt mal gespeichert auf HD Und ja, ich weiß jetzt nicht, der braucht über viele Stunden zum Umbraben Das ist schon echt lange Ich frag mich ob das dann wenigstens dann auch auf HD auf YouTube zu sehen ist Wer sonst nehme ich die wieder Anlass auf Aber Er wird es nichts bringen, Faro, sollte ich das dann machen Oh mein Gott Oh mein Gott Monster Fail Was mach ich denn gerade, wir sind wir nicht in so Brain AFK Was? Die hab ich getroffen? Boah ist das ein Kack Okay jetzt mal konzentriert arbeiten, konzentriert arbeiten, konzentriert arbeiten Boah Konzentriert arbeiten Ach, Save Point Was ist das denn? Wie geht das für Stichern? Hä, was ist das? Okay, der geht jetzt rein, der geht jetzt rein. Boah, was ist das heist? Boah, ill ill. Was der uns gerade alles gegeben hat. Sie machen wir erstmal weg. Ich hab's geschafft. Nicht springen, jetzt kann ich springen. Tja, nach dem. Nach dem. Boah, Bonusmap. Runde, verdammt, war noch falsch. Ich kann's mir einfach nicht merken. Ich trottel. Nein. Na, gleich gefällt. Naja, murscht. Murscht, murscht. Das musste einfach sein. Ja, natürlich. Na. Man. Was ist denn los? Nicht so überhastet sein, jetzt. Junge. Neck. Let's snack. Let's snack. Das war gar nicht mehr so. Willst du mich ficken? Willst du mich ficken? Geh, das geht noch nicht mehr. Ne, der Wut. Geh, das ist auch nicht mehr so. Warum mach ich sie noch mal so knapp? Wahnsinn. Das ist mir ja selbst nur schwer hier. Kann ich? Ich probier das jetzt mal aus. Und ich klappts. Du hast ja einen Apfel, das macht mich aggressiv. Ja, natürlich. Weißt du, auf so eine Idee komm ich nicht mal. Boah. Boah, ich nicht? Nein, nein. Tschüss. Jetzt weiß ich immerhin, wie es da weitergeht. Und ich krieg gleich wieder ein Leben dazu. Boah. Was echt cool ist, heute ist ja... Also für euch gestern. Oder? Zumindest hat mein Bruder heute... Donkey Kong Tropical Freeze bekommen. Was ich echt cool finde. Wenn ich auch gleich nachher zu ihm gehen, dann werden wir zusammen zocken. Hat er mich schon eingeladen. Ich bedanke mich nochmal bei dir, mein Bruder. Ich schaue mir auch immer fleißig zu. Ja. Und... Das ist jetzt mal auch am Ende. Ein bisschen, dann haben wir ganz schön viel Zeit. Kann ich echt gut. Videos im Voraus aufnehmen und hochgeladen. Da die wenden die jetzt vier Stunden dauern. Ist schon... echt ein bisschen heftig. Tempel Ruins. Tempel Ruinen. Irgendwie hat... Ah, okay. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Diese... Speere. Hier, hier, ich feuere mich. Wieso habe ich das Gefühl... Oida, was war... Das ist ja nicht mehr lustig. Oh, mein Erker. Ah, ich glaub... Äh... Ich glaub... Äh... Ich glaub... Äh... Ich glaub... Ja, warum bleibt denn denn? Da hängen der Vogel! Oh, ich weiß gar nicht. Oh, ich glaub genau in die Speeren, wo ich gleich geh. Geh, geht's ja schon. So Mist. Es wären jetzt voll geschenkte Äpfel gewesen für neues Leben. Boah! Boah! Oh! Komm! Ach komm, jetzt seht ihr mich schon. Das ist gar nicht so einfach, wie es vielleicht jetzt gerade aussieht. Das ist von der Perspektive her die Eingestellte echt schwer gewesen jetzt. Ja! Natürlich! Leute! Was geht denn in eurer Welt? Hey! Das war richtig ärgerlich! Aber wie perfekt die Musik einfach immer zur Aux-Sphäre fassen ins Spiel. Das ist richtig geil! Muss ich schon zugeben. Oh! Äh... Verpiss dich! Ha! Ich hoffe, das war richtig. Ah! Ein Leben! Dankeschön! Ja! Die Leben sind echt richtig! Vor allem, weil ich so ein bisschen schlecht bin. Boah! Was ist das? Was? Das ist cool! Das ist richtig cool! Das ist richtig cool! Penis! Was? Ich fang hier oben an! Ich fang hier hinten an! Was ist denn los bei euch? Ja! Das war richtig fail! Ja! Ich... Tritt einfach alle Äpfel weg! Weil Äpfel natürlich scheiße sind! Nein, sind sie nicht! Außer ihr habt eine Apfelallergie! Dann sind sie scheiße für euch! Da kann ich nicht für mich reden! Ich bin zum Glück allergienfrei! Ich wünsche auch eigentlich niemandem eine Allergie! Und jedem, der eine Allergie hat, hoffe ich, dass es irgendwann vorbeigehen könnte! Was ist denn hier verlagern? P OC! Was ist denn der? So! huh! huh! burn Hrat sky! whaaherh! Meinen fliegende Untertasse! Huhuuhu! cars hell mas Das hab ich echt nötig. Das ist gar nicht so einfach. Was ist das denn? Das ist gar nicht geil. Der hat mich relativ gut gemeistert. Oh, das ist Aku Aku. Ich will den Aku Aku. Ich liebe Aku Aku. Ohne Wacker! Aku Aku Aku. Jetzt muss ich warten, bis es wieder kommt. Wir haben noch 3 Minuten knapp. Ein bisschen mehr. Werden wir hoffentlich noch gut schaffen, was... Ich hoffe, ich fahre heute nicht wieder zu... Ja. Natürlich. Wie assi ist das denn? Da musst du auch erst mal drauf kommen, auf die Kacke. Okay, jetzt dürft ihr mir mal dazu schreiben, ob das, was da gerade abging, mit diesem verdammten unsichtbaren Boden assi war oder nicht. Ich hab mir gerade schon echt... Ich hab mir gerade schon echt... Ich hab mal ein bisschen gedacht, geht's da überhaupt noch weiter? War ja schon irgendwie ein bisschen Merkenkitzel. Oh mein Gott. Ich bin so... Oh mein Gott. Ich hab mir jeden da... War ja lebendig... Uh! War ja schon. Und Herr Tassi ist cool. Crash einfach immer voll entspannt auf diesen Sachen draufstehen. Na toll. Ich hab das noch weiter. Komm. Komm wieder hoch. Ja komm sie wieder hoch. Okay. Darf ich euch mal ganz ehrlich... Sagen? Das war fail. Das war richtig fail. Hey nein, das kann doch nicht wahr sein jetzt. Komm mal runter. Okay. Ich will da jetzt noch weiter kommen. Aber das Level zieht sich jetzt ganz schön. Das fällt mir auf. Das ist ganz schön langwierig. Ja natürlich. Oh! Klingling! 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 Fucking seriously! Na toll. Jetzt haben wir nur noch eine Minute. Schaffe ich das bis dahin wieder? Ah ne. Weil das Feuer da wieder angeht. Dann jump ich. Dann jump ich. Dann jump ich. Dann jump ich. Dann leg ich den auf. Kack einfach mal auf die Äpfel. Auch wenn sie. Auch wenn sie. Ich bin es wichtig sind. Zum Glück kriegt man hier relativ viele Äpfel. Darüber schafft es es noch. Ja. Ich glaube bei dem Leben. Wir freuen die ganzen Leben an die drei Stück. Mach ich da einen Cut. Weil. Ich hab ja echt nicht viel geschafft jetzt den Part. Die Level werden immer länger. Ob es irgendwie relativ cool ist. Boah, rennt man nicht einfach nach euch. So Leute. Ich mach dann. Ich setz dann hier den Cut. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich freu mich über jegliche kreative Bewertungen, Kommentar, Kritik und alles mögliche. Und dann bis zum nächsten Part.